Wir sind heute im Osten Brandenburgs unterwegs und so ungefähr in der Mitte zwischen Berlin und der polnischen Grenze liegt die Domstadt Fürstenwalde. In ganz Deutschland gibt es nur zwei Fürstenwalde, aber es gibt nur ein Fürstenwalde an der Spree und hier schauen wir uns heute um. Die Fürstenwalder Spree liegt am Rande der Altstadt und wer mit der Bahn ankommt, steigt an einem der ältesten Bahnhöfe Deutschlands aus bzw. ein. Wir sind heute zum ersten Mal im Fürstenwalde. Ja. Sind Sie aus Fürstenwalde? Ich bin aus Fürstenwalde, Urgestein. Ich muss aber jetzt ganz dringend zum Zug. Dann brauchen wir jetzt einen schnellen Tipp von Ihnen, was wir uns heute auf jeden Fall angucken müssen hier. Heute am Donnerstag würde ich ganz doll empfehlen, den Markt, dass Sie zum Markt gehen. Da ist viel Trubel, da sind viele Anbieter. Das würde ich wirklich empfehlen. Ja, fällt mir jetzt mehr im Augenblick nicht ein. Sie sind in Eile, wo geht es hin? Was müssen Sie machen? Zum Zahnarzt nach Berlin. Nach Berlin. Dankeschön. Für einen längeren Plausch hat Carola Drese leider keine Zeit. Ich hätte jetzt wirklich gerne mehr Zeit für Sie, aber... Aber wir haben einen ersten Tipp. Der Wochenmarkt. Also auf ins Zentrum. Auf dem Weg dorthin laufen uns Vanessa und Anne über den Weg. Wir wollen mal ein paar junge Leute hier in Fürstenwalde kennenlernen. Wie lebt es denn in Fürstenwalde? Gut. Ja, was macht ihr hier so? Was macht man so als junger Mensch in Fürstenwalde? Als junger Mensch in Fürstenwalde? Was macht man da? Also eigentlich geht man da eigentlich nur raus so mit Freunden. Ansonsten sitzt man halt nur zu Hause, weil hier gibt es eigentlich nicht so richtig was Besonderes, was man machen kann, was Interessantes. Das Einzige, was halt wäre, wäre dann halt im Sommer, wenn wir dann halt alle an der Spree chillen und so. Aber ja, ich glaube, sonst gibt es nichts wirklich Interessantes. Seht ihr denn eure Zukunft hier in Fürstenwalde oder seht ihr die woanders? Also ich sehe die auf jeden Fall woanders, weil hier ist halt wirklich nichts Interessantes so. Man kann hier halt nichts machen. Ich sehe dann halt eher schon so Berlin oder Frankfurt mehr so in die Richtung. Ein bisschen mehr Großstadt wünschten sich die beiden. Rund 30.000 Menschen wohnen in Fürstenwalde an der Spree. Die Geschichte der Stadt reicht weit zurück bis ins 13. Jahrhundert. So, da vorne ist eine junge Familie und die fragen wir mal, wie es ihnen hier so in Fürstenwalde geht. Es lebt sich gut hier. Wir erleben ja gerade sozusagen einen Boom mit Tesla gleich um die Ecke, was sich hier ansiedelt. Der Flughafen hat aufgemacht, das merkt man jetzt hier tatsächlich auch mittlerweile. Für die Familie ist vor allem das Umland attraktiv. Die Natur. Tatsächlich, dass wir einfach hier mitten in der Stadt und gleichzeitig mitten im Grünen wohnen. Wir haben viele Spielplätze, wir haben die Spree, wir haben die Wälder, genau, das Umland. Die vier drehen bei dem schönen Wetter eine Runde. Thomas Fischer leitet hauptberuflich einen Markt im Einzelhandel. Ehrenamtlich engagiert er sich als Stadtverordneter für die Stadt. Wie sieht denn Ihr Fürstenwalde der Zukunft aus? Mein Fürstenwalde, unser Fürstenwalde der Zukunft, natürlich ausreichend Kita und Schulplätze, das ist immer ganz wichtig. Dann wollen wir die Innenstadt neu gestalten. Nach Corona ist sie noch deutlich weniger frequentiert als vorher. Das ist schon immer ein großes Problem gewesen. Und wir wollen Wohnraum schaffen für viele junge Familien mit Kindern, die hier gerne zuziehen dürfen und können. Jetzt gehen sie aber erstmal ein Burger essen. Jeden Dienstag und Donnerstag ist Markttag im Zentrum der Stadt. Wir schauen uns heute mal so ein bisschen in Fürstenwalde um und sind jetzt hier auf dem Markt gelandet. Richtig. Der schöne Marktplatz von Fürstenwalde. Mit einer Vielzahl von Händlern. Und Sie sind eine von denen? Ich bin eine von denen. Und ich feiere am Montag mein 30-jähriges Marktbestehen. Was sagen Sie denn dazu? Wahnsinn. 30 Jahre hier in Fürstenwalde? 30 Jahre hier in Fürstenwalde. Wie ist das Leben so als Marktverkäuferin? Anders. Viel, viel anders. Offener, ehrlicher, bunter. Christina Krüger verkauft Heimtextilien, Tischdecken, Handtücher, Selbstgesticktes. Manchmal ist bei mir hinterm Stand mehr los als vor dem Stand. Das gehört einfach zum Markt dazu. Denn Markt heißt nicht nur verkaufen. Markt heißt immer präsent zu sein. Auch für die Sorgen und Nöte der Kunden. Zum Beispiel. Bis zur Rente ist es nicht mehr lang. Von morgens bis nachmittags steht sie auf dem Markt. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal aufzuhören? Ne, leider noch nicht so richtig. Also leider kommen Sie jetzt ein bisschen zu spät. Bis vor Corona hatten wir hier noch zwei Kollegen, die waren 85. Wer also am Dienstag oder Donnerstag über den Markt schlendert, der trifft mit Sicherheit Christina Krüger. Eine Sache, das haben wir gehört, sollte man in Fürstenwalde auf keinen Fall verpassen. Und das ist der Dom. Und dort gehen wir jetzt mal rein. Seit 2013 ist Fürstenwalde offizielle Domstadt. Mal gucken, wen wir treffen. Fürstenwalde ohne den Dom geht gar nicht. Das haben wir uns auch gedacht. Und Sie arbeiten hier? Was machen Sie hier? Ich bin nur hier ehrenamtlich. Wir sind ja eine Gruppe, die den Dom hier offen hält, wenn Gäste kommen. Und ich bin in der ersten Schicht. Jetzt bis um eins, um eins werde ich abgelöst. Neben ihr steht Pfarrerin Rahel Rietzel. Sie nimmt sich Zeit und zeigt uns den Dom. Nur durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter kann er jeden Tag geöffnet werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kirchenschiff fast vollständig zerstört. Der Altar hat die Bomben überlebt. Erst Ende der 80er Jahre wurde St. Marien wieder aufgebaut. Im Dom vor ihrer Gemeinde zu sprechen, ist für die junge Pfarrerin immer etwas Besonderes. Für mich ist es schon Beruf und Berufung. Manchmal ist es auch einfach Arbeit, aber es ist schon etwas, was ich gerne mache, was ich auch lebe. Wo ich mich freue, dass ich mit Menschen ganz unterschiedlich in Kontakt kommen kann. Das ganze Leben ist dabei. Die Pfarrerin freut sich über jeden und jeden, der vorbeischaut. Und in Fürstenwalde gibt es noch viel mehr zu entdecken als nur den Dom.